Das Horn des Narwals ist eigentlich kein Horn, sondern ein Stoßzahn, der sich durch die Oberlippe bohrt. Die Tiere können damit sogar fühlen. Spannend ist, dass wir bis heute nur wenig über die bizarren Wale mit dem bis zu drei Meter langen Zahn wissen. Seit Jahrhunderten wird spekuliert, wofür so ein Zahn gut sein könnte. Als Thermometer, Echoortung oder sogar als Waffe? Ein besonders großer Zahn macht die männlichen Wale auch attraktiver für Weibchen und hält Rivalen auf Abstand. Ich war mehrere Wochen in der Arktis, um Narwale zu finden, begleite mich bei meinen Erlebnissen.